Ich bin erst jetzt am Start Mach du die Ansage, ich bin nervös Jetzt hast du mich rausgebracht Hallo zur ersten Rainbow Six Siege Runde mit den Lachs Ah ne das ist scheiße Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Rainbow Six Siege Du musst das Six so ein bisschen Ja aber das ist wie ein Disco, kann ich das nicht Mit dabei der Passi, der Daniel, Raff, Eric und ich... Und jetzt darf Eric fragen, was der Kingslayer ist Glaubt ihr der spielt Ghost? Und ist voll der Kingslayer, sammle viele Kingslayer-Akten Er war nicht so gut, ich weiß, ist ja okay, Mann Das ist aber auch ne große Verantwortung zu jedem Scheiß-Namen und Kommentar zu finden Das ist halt viel Ja jetzt, wo du zu dem gerade rausgekommenen Highlight-Video Also zum jetzigen Zeitpunkt gerade rausgekommenen Video Derrick natürlich einen riesen Puller gerissen und Jetzt hast du natürlich Druck, dass du das jeden Tag machst Jetzt ist der Druck hoch Ja, ich warte schon die ganze Zeit drauf, dass Passi was macht, aber der macht ja nix Ja, ich warte schon mal Safecore Keller Safecore Keller Safecore Keller Vorbei, also ich bleib dabei mit Safecore Keller, aber ähm In letzter Zeit ist das auch oft so, dass Küche sehr beliebt ist, ne? Ach, Küche, ich hör mal ne Küche Ich hör auch mal ne Küche Ich hör auch mal ne Küche Ja, ich hör auch mal ne Küche Durch die Rückkopplung Durch die Rückkopplung Durch die Rückkopplung Boah, das Lachen würde halt so nicht lachen, doch blöd Boah, Hans jetzt lachen, da habt auch Bei dem Highlight-Video Bei dem Highlight-Video Ja, was denn da passiert überhaupt bei dem Lachen? Was war das? Ach, dieser komische Kader, ne? Ja, wie auf Bank oder an Aiming 80 Jahre nicht trifft und dann mit dem letzten Schuss da irgendwie Ja, ja Also, ich fahr mal hier durch die Bar Oh, okay, Duschies Team Äh, Keller oder über Bar? Keller Äh, nee, Bar, Bar Nee, Bar Nee, Bar Jäger, Bandit ist der letzte Alles Gute, alles Gute Äh, die Hassi, das könnte sein, dass wir dich brauchen Ja Vielleicht kann ich hier nochmal so ne geile Granate gesichtloch werfen Die Abreitung, dann wird's hier nicht Geht zumindest halt halt, bitte schön Fünf Sekunden Fünf Sekunden Naja, da sollte aber dann nochmal jemand mit dem, ähm Mit der Drohne vorfahren und gucken, ob das Fenster noch viel ist Nicht, dass das schon offen ist Ich kann das nicht machen, weil das Positionier zum Einladen Äh, ich mach meine Claimor hier vor die Tür, ne? Ja Die haben es gerade aufgemacht, glaube ich Ja, die haben es gerade aufgemacht, glaube ich Oder, ne, die haben es gerade reingemacht Nein, die haben es gerade reingemacht Ja, ist zu Ja, die haben hier Bandit Ja, die haben hier Bandit Ja, warte Ja, warte Die aufschlagen musste auch einer voll gegen Spraynen, ne? Ja, ja Ja, ja Let's go Na, geh mal hin Geh mal ran, genau Geh mal ran, genau Ich kann das nicht ans Fenster machen Ach, und der... Ach, der stirbt Ja, aber wir... Ja, aber wir müssen hier... Ja, dabei dich jetzt, dabei dich jetzt Ich bin dabei Pass auf, Daniel, ich bin hier in der Tür Nein, die wurde gespeckt Ja, die haben wir aufgekommen Also, zu Wir hatten der das gemacht, bitte Ach, shit Ich dachte, der war down Ja, gut, dann müssen wir wanderslang Er war down Da kommen sie in die Stau Da war dann noch, wo der dich verletzt hat Ja, vielleicht hast du noch einen Verletzten gesteuert Ja, aber nicht, wo sie's drehen Da haben wir irgendwo da drin Da haben wir irgendwo da drin Da haben wir irgendwo da drin Ja, ach Jetzt hätte man natürlich eventuell, äh, Twitch gebrauchen können, ne? Da hätte man eventuell, äh, Twitch gebrauchen können, ne? Hast du noch ne Ladung, ja, wegnehmen, ne? Hast du noch ne Ladung, ja, wegnehmen, ne? Ne, ich hab ne zwei Ich lade mal nach Das geht nicht, ne? Raph, bist du da drin, jetzt? Aaaaah, dann... ...komm ich mit meinem scheiß Wurstfinger wieder an Wo war der Raph? Wo war der Raph? Wo war der Raph? Der Treppel, Treppel, Rook Ja, ja, ja Smog cut mich Smog cut mich Ja, hinten nach Weinkeller, ein bisschen Stress gemacht Nach Weinkeller, ein bisschen Stress gemacht Oh, da liegt er in der Ecke Oh, da liegt er in der Ecke Oh, da liegt er in der Ecke Boah... Das hätte ich auch... Äh, unten hat er... Der liegt da immer noch Da in der Ecke, da Ja Ja Alter, Mann, ne? Dass man das hier nicht umstellen kann mit der... ...mit der Stickbeleg Einer hockt im kleinen Raum Einer hockt im kleinen Raum Moment Moment Es bleiben noch 15 Sekunden Ach oben... Ach, ich will eigentlich nicht das Stritte gehört habe Ich will eigentlich nicht das Stritte gehört habe Ach, dass das... weil die nicht gestorben ist, ne? Ist so bitter Gehen die einfach nicht down... äh, gehen nur down Kann man die Decke denn früher schon aufspringen? Ja 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 Wie war Esszimmer? Wie war Esszimmer? Ja Ja Esszimmer, Esszimmer... Geisel haben wir... Brauchen wir Bandit? Hm... Nicht wirklich, nein... Kapkan oder... Kapkan oder Frost irgendwas Falliges machen Jo, kann ja Jo, kann ja Jo, kann ja Jo, kann ja Ah, wie bitter... Das mit Rook... Das mit Rook... War gerade blöd... Haben die das mittlerweile geändert oder kann man immer noch nicht die... Stick- und Tastenrelle... Belegung konfigurieren? Weiß einer das? Weiß einer das? Weiß was wir können... Keine Ahnung... Welche Türen muss ich verschließen? Hier die Doppeltür... Okay... Die große Doppeltür... Große Doppeltür... Die Drohne der Gegner... Ja, die hier... Mach sofort zu... Ach... Tricks Drohne... Hier die erste oder die zweite? Hier die erste oder die zweite? Hier die erste oder die zweite? Hey, warte, warte, warte... Hier die Doppeltür in die... Hier... Da... Wo ist die... Die Drohne? Moment, warte, 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 warte... Warte, 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 warte... Okay, okay, jetzt... Jetzt kannst du marken... Spielen mit Twitch, eine Drohne habe ich... Spielen mit Twitch, eine Drohne habe ich... Hier muss noch was geschlossen werden... Ja, da kannst du auch noch eine machen, dann... Ja, da kannst du auch noch eine machen, dann... Ja, da kannst du auch noch eine machen, dann... Ist noch eine Drohne, warte... Ist noch eine Drohne, warte... Ja... Ich will... Ich will nicht mit meiner Pumpe auf die Falltür schließen... Nachher geht die auf... Hab die Drohne... Oh, die Tür ist offen... Okay, das ist natürlich jetzt neu... Welche Tür ist offen? Welche Tür ist offen? Äh... Richtung Trophäenraum... Das wusste ich nicht... Dass die offen bleibt... Eine Drohne... Eine Drohne... Auf die zweite Twitch Drohne... Auf die zweite Twitch Drohne... Nice... Die Bahn , irgendwo... Weitür kann das gewesen sein, oder? Weitür kann das gewesen sein, oder? Ne, die Doppeltür ist offen. Was heißt denn die? Nicht die Doppeltür. Wow. Alter, hier in den kleinen Flur da. Ja, genau die. Ja, die Doppeltür. Ja, die Doppeltür. Da ist auch einer. Da ist auch einer. Ich schalte mich mal da raus. Hibana war das. Hibana. Twitch ist auf dem Keller. Ich lass die mal rein kommen. Ich lass die mal rein kommen. Ich lass die mal rein kommen. Nein, dann treffe ich mich. Nein, dann treffe ich mich. Ich versuche mich zu... Ich hab ihn down. Ich hab zwei Seiten zuhohen. Noch einen down. Noch einen down. Ich hab auch einen. Sehr nice. Nur noch einer. Danke Pasi. Danke Pasi für die Unterstützung. Ja. Dann geht der Pasi steil, ne. Wenn der Viva verletzt wird. Nein! Glücklich! Ich bin bei der anderen Doppeltür. Also wir werden für nichts kommen. Genau. Der Küche irgendwo. Der Küche irgendwo. Ich weiß aber nicht, ob er außerhalb. Also am Fenster oder... Ah ne, der war in der Küche. Ah ne, der war in der Küche. Nice. Das hat gut funktioniert da zum Glück. Gott sei Dank haben die mich nicht... Ja. Mich nicht schon von Anfang an von zwei Seiten unter Druck gesetzt. Ich würd nächstes Mal doch lieber die Türrichtung gegangen. Wo jetzt das Schild drin war. Würde ich doch lieber zu machen. Ja, Schild da würd ich gerne in der Rädchen Tür stehen. Ja, ich hatte da bisher auch noch schlechte Erfahrungen, wenn ich das gemacht hab. Ja, vor allem weil du ja rüberklettern musst und wenn dann einer drauf aimt und... Was auch immer. Es ist einfach nicht cool. Die Schilde kann man eigentlich nur gebrauchen, um vor Fenster zu stellen, damit die dann nicht reinklettern können. Ja, oder nehmen wir mal Stachel dran, ey. Oder um Banken. Der Standort ist plural, wo die Behälter finden. Übrigens, passt auf, hier gibt's so böse Lampen, die können eure Drohne ziemlich schön abhaben. Ja, die könnten da auch sein. Ja, die sind da auch. Ja, die sind da auch. Oh, die haben die Falltüren in den Keller auf. Also, Achtung. Ja, die müssen sie passen auf. Ja, die müssen sie passen auf. Ja, die müssen sie passen auf. Mit Mute hab ich schon gehört. Äh, die haben beide Falltüren auch. Äh, auch, 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 die hier in die Garage. Ja, die haben viel umlaufen. Ja. Ja. Im Trophäenraum meinst du die? Ja, im Trophäenraum meinst du die? Äh, ist das die, die in die, die, die andere Garage einführt? Ja, in der zweite Garage führt. Ja. Ja. Fünf Sekunden. Ja. Ja. Weiter zu mir gefahren, wir älter und die. Oh, fuck. Oh, fuck. Du hast sogar gespawnt. Ich bin dann weg. Viel Erfolg. Jo, tschüss. Howdy. Danke, tschüss. Essen ist da. Essen ist da. Jo, Essen ist da. Ich bin dann weg, ne? Tschüss. Ich hab bei Nachtschiedscht. Äh, nein. Vier Käsepizza. Eigentlich bin ich ja da cool, nicht. Nein, ich hab mit dem Schild in der Tür. Es ist hier ein, kann man, aber der Drohnloch... Ich guck mal, wer ist der Weg. Ok, frost los. Ok, frost los. Ok, frost los. Ne frost. Ah, da haupt sogar einer. Ah, da haupt sogar einer. Der haupt direkt an der Seite Lukas, guck mal. Der haupt der direkt drauf. Der haupt der direkt drauf. Du kannst eine Granate durchs Drohnloch werfen? Du kannst eine Granate durchs Drohnloch werfen. Ja, ich probier es. Ja, ich probier es. Sprichtergranate ist draußen Nicht mal angefragt Hab ihn angefragt, der ist weggelaufen Achso, die Granate nicht Also ich bin am Fenster, die Doppelte ist nicht verstärkt Wenn einer eine Grenade schmeißen will oder so Ich bräuchte jetzt aber irgendwie nochmal eine Drohnen-Action Weil der hockt halt am Schild immer noch, aber ich weiß dann gar nicht C4 Mh Ja, mach Puls Ja, mach Puls Ah, der ist jetzt unter dir Hab ihn down Kann mir den holen, Moment Ja, hat ihn Ja, schon Noch einer in den Keller In der Ecke Die, die, die eine Ecke Aber noch eine, noch eine Dritte Cavera Nee, wirklich Hab's er Hab's er Hab's er Oh, hier ist noch er Oh, hier ist noch er Der ist durch die Fall hier runter gesprungen, Erik Du kannst da eigentlich rein Du kannst da eigentlich rein Oben Okay Das ist mit Ja Er ist jetzt unten, runter und links Zwei mal links Runter und zwei mal links Genau Genau Da ist noch einer Ach der ist schon wieder oben Ne, der ist schon wieder oben Nein, der bleibt der Operator vom eigenen Tor Ach, scheiße, sorry Ich hätte nicht gedacht Ja, kein Ding Ja, da ist er Ja, da ist er Boah, jetzt hat da kein Headshot vor Oder hab ich von Smoke getötet Ach, nicht Ich hoffe, ich werde nicht von Smoke getötet Ich werde nicht von Smoke getötet Man, der nur rumgelaufen, ne? Ach, Mann Das war eigentlich gut Wir hatten Drei Typen gerade schnell geholt Ach, shit Egal Egal Ich call mal Rook Ich call mal Rook Ich call mal Rook Was steht dann? Was steht dann? Ich mach, ich übernehme Cass Ja, dann nehm ich Bandit In der Garage Ja, dann nehm ich Bandit In der Garage Ja, weil dann... Wenn wir hier Cass nicht unbedingt brauchen, kann ich auch Bandit machen, ne? Jetzt, nur sagen jetzt Ja, nee, ist okay Ja, gut, dann machen wir das so, ne? Ja, gut, dann machen wir das so, ne? Achso Achso Aber pass auf nicht, dass die auch Granaten werfen, ne? Pass auf nicht, dass die auch Granaten werfen, ne? Ja, ja Ja Und einer müsste dann... Das kann ich machen... Das kann ich machen... Versuch dann ein bisschen auf die Twitch-Drohne auch zu passen Ach man... Der Jackknopf Zeit für einen möglichen Schotten Bitte Störsender Bitte Störsender Wir könnten ja... Als erstes mit nem... Ach, Daniel hat schon Störsender da... Okay, gut, hab nix gesagt Um halt die Twitch-Drohne schon an... Das ist aber nur für das Drohnenloch Ja, ja, mein ich ja Halt... Um die Twitch-Drohne damit abzufangen Schotten Nur noch 10 Sekunden Neue Kamerabertragung läuft Neue Kamerabertragung läuft Eier am Westen Eier am Westen Eier am Westen So, ich werd dann, wenn's gleich abgeht Um ein bisschen Ruhe bitten Damit ich eventuell Besser höre, wo der ran liegt Jo Danke Also ich hab ja grad schon auf jeden Fall was gesehen Ich hab ja grad schon auf jeden Fall was gesehen Jo Ich darf ihn bitte nicht durch den Schuss Ich darf ihn bitte nicht durch den Schuss Nein Nice Hab's er? Nimm wieder auf, wenn ihm geht Nimm wieder auf, wenn ihm geht Hibana, Hibana Hibana, Hibana Nice Eric Kommt die zweite? Ah, jetzt kommt die Bahne aber Vorsicht Ja, das schaff's ja nicht Eric Das schaff's ja nicht Aua Loch hab ich geschafft Bei mir sieht das so aus Nice, sehr gut Nice, sehr gut Okay, bei mir ist das schon explodiert Bevor das, äh... Nochmal Ich hab, ich hab keine Stöße mehr Aber die kommt auf jeden Fall nicht durch Durch das Loch Wenn wir uns da von fern halten Dann ist alles cool Von fern halten, dann ist alles cool Nein Äh, hinter uns Und von oben Von oben, von oben Nur und nicht von hinten Buck macht da oben die Decke auf Buck macht da oben die Decke auf Scheiße, ich stehe auf Im Haufen mit Daniel Das ist nicht gut Nicht gut Scheiße, ich muss ja weg Ich muss ja weg Ich hab wieder down Ich hab irgendeinen geholt Ich hab irgendeinen geholt Ich hab irgendeinen geholt Wir werden down geschossen Genau Wir werden down geschossen Nur Immer nach oben Immer nach oben Ja, Treppe kommt ganz hin Meiner kommt Treppe Ich hab den im Blick Die Gegner hat die Decke auf den Behälter gefunden Einer macht den in der Bar auch Einer macht den in der Bar auch Einer von hinten Zwei kommen Treppe Zwei kommen Treppe Oder Oder Einer steht oben Einer steht oben Einer hab ich Der kommt jetzt runter Auf den Treppe Die Bahner ist auch noch in dem Badezimmer Und Hinten In der Tür Die Bahner geht jetzt auch Treppe runter Der ist auch auf dem Absatz Tja, wir haben geprackt Letzter verbleibender Gegner Sie steht immer noch da Die ist äh Die ist drin Ich hab die down geschossen Hab die Hab die Nice Sehr gut Ich wollt grad sagen ich hab der nochmal richtig gedrückt Als ob die nicht gestorben wäre Als ob die nicht gestorben wäre Papa hat sogar auch nochmal mitgeschossen Also bei mir hat die die noch Also als ich Als die mich geholt hat Hat die die noch ein Fünftel Ja wie gesagt Also als ich tot war Also dieser Bildschirm mit Lebensanzeige kam Da war die schon auf dem Wo können die hin? Die haben Küche und einen Keller, ne? Küche und einen Keller, ne? Ja, das ist richtig Genau wie wir Ja, das ist richtig Genau wie wir Ich mach ehrlich Wir gehen, oder? Gute, gute Arbeit da übrigens, der Erik Danke Wie ich die zweite Die ich die FD-Bana holt Aber mit dem Hibana war krass Aber bei mir ist das schon Das ist bei mir schon explodiert Bevor du das richtig gelegt hast Du hast ja auch Schaden bekommen Mhm Den Standort des Bio-Befahrungsbehälter 10 Naja Ja, meine Drohne ist sofort kaputt Ja, das ist die Revanche für die Hibana-Ladung, ne? Okay Aber wollen wir es nicht in Frage stellen Sonst kriegen wir gleich eine Nachricht mit We have to win, we have to win, hallo? Glaub ich, die sind oben, die haben gerade gefightet Aber wo oben ist sie? Die können Bibliothek nur sein Achso Geisel ist, also Schlafzuhn ist nur Geisel Ne, Bibliothek ist hier Aber die haben die Revanche in der Bibliothek aufgemacht Die Bar Oh, die haben die auch gemacht? Oh, die haben die auch gemacht? Ja, Bar ist auch verstärkt Mira, na, genau Und Cavera ist die letzte Wenn ich hingehen wollte Cavera ist die letzte, okay Die haben die Falt hier aufgemacht, dann können wir einfach von oben drück machen Entschuldigung, wer ist der letzte? Ja, dann würde ich Cavera Aber ich würde Ich würde mal vermuten, dass Cavera dann irgendwo oben rumlackst Ja, die werden alle irgendwo oben rumlacken Kannst mal das Fenster oben aufschießen Ich will meine Position hier oben nicht schon mal getraten Äh, das ist locker Egal Ah ja, die steht hier direkt auf dieser Standard-Pose Hab sie Ha! Nice Ich guck kurz, ob hier noch was ist Guck kurz, ob hier noch was ist Beide Türen sind zu Also wenn nichts weitere drin ist, dann ist Clean hier Hier ist einer bei mir Wo, wo, da? Hier ist Clean, Erik Hier ist nichts weiteres drin Okay Einer war auch noch oben hier bei Flach Mach die Falt hier auf und ich bring die direkt auf Ich bin einmal ungefrackt Ich will mal drohen und mal wissen, wie viele da noch drin sind Wenn ich freut mich dabei Falt hier ist oben clean, ne? Mit der Türen Ja, doch, da ist einer Ich kann die markieren Ich markiere Mira ist das Ihr guckt hoch, sie ist da Ach, scheiße Ab Mira Okay, ich kann mal drohen, ob da noch wer drin ist Ich weiß nicht, wie immer gerade straight durch Ja, kann ich machen Moment In einer Sekunde, ich stelle mich in die Ecke Oh Jäger war Esszimmer Oh, der ist ja immer noch Oh, der ist immer noch Ich bin in den Störsender reingefahren, Passi, tut mir leid Ja, okay, dann muss man nach oben einer hinter der Türen gucken, sonst mach ich durch Ich seh da nix hinter der Türen Ich seh da nix hinter der Türen Ich seh da nix hinter der Türen Ja, ganz hinten durch hinter der Türen Ja, ganz hinten hinter der Türen Ja, scheiße, ich seh den nicht von hier oben, sorry Also über der Falltür noch Über der Falltür noch Die Falltür ist offen, die können wir auch nur zerstören Ja, hab ihn, hab ihn, hab ihn Sorry, bis dahinten konnte ich nicht hier einsehen Nee, sieh 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 Ah, das Hat war hier die Treppe dann aufgemacht Hat war hier die Treppe dann aufgemacht Ah ja, cool Ist ja okay, wir müssen jetzt irgendwie rausfinden Alles gut Boah, da wo ich grad aufgesprengt hab, kann man da auch einfach reinfußen? Kann man da auch einfach reinfußen? Krass, ne? Hab ich glaub ich gedacht, ja Ich glaub ich gedacht, ja Nice Ist ja Ich würd auch, wenn wir grad gut angegriffen haben bei Bar, würd ich trotzdem auch Bar geben Mhm 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 Äh, Kars auf jeden Fall Kars auf jeden Fall Kars auf jeden Fall Und Strom eigentlich auch, ne? Eigentlich auch, ne? Jo Ja, wär praktisch Ja, wär praktisch Ja, ihr müsst aufpassen, also Ich würd sogar eventuell sagen, einer von euch soll noch mit raus Weil drei Leute in dem Raum ist schon verdammt viel Ja, zwei reicht eigentlich Ja Ja Oh, Daniel hat ja eigentlich eine Position, oder, ne? Wollen wir wetten, dass die jetzt hinter die Theke füßen? Dass die genau den gleichen Gedanken haben, wie wir jetzt abgeben, nach der Gegend Ich hab noch eine Ich hab noch eine Ja, hier hinten hinter der Theke Ich hab noch eine Das Gerät ist in Position Das Gerät ist in Position Beschützt den Nio Gefahr gut behält Oh, ich hab ja gar kein Schild Ich hab ja C4 hier Ah, jetzt sind wir doch zu drücken Ähm Ach, fuck ey Ach, hier hast du einen Störlachs, okay Ja Ja Hab ich sogar noch einen über Ist hier grad schon was aufgegangen? Äh, glas, 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 glas Von wo? Fuck ey Draußen Haupttür Ähm Doppeltür Doppeltür? Ja Ja Okay Ah, die geht jetzt gleich auf Ist auf Die ist auf Die ist auf Fuck ey Boah, ich sitz jetzt hier voll in der Zange Scheiße Der bleibt da aber so liegen Der bleibt aber so Kein Fuß Jaja Ach, hat der mich gesehen Ja Oben? Ja Nee, nicht letztendlich Nee, nee, unten Unten nach oben geschaffen Unten nach oben geschaffen Also unten von der Haupttür hat der mich gekillt Unten von der Haupttür hat der mich gekillt Ich hab gerade irgendwas aufgemacht Ecke Ecke Sehe aber nix hier Sehe aber nix hier Ne, ich mach's auf So Zeigt euch nicht Ah, ich werde ausgerundet, sie ist gleich vorbei Fuck Ja, renne mal rüber Ja, renne mal rüber Renn jetzt, renne jetzt, wo es Ganaten ist Renn jetzt, wo es Ganaten ist Kannst nicht über die Dings spielen Kannst nicht über die Dings spielen Da ist aber auch noch ein AVS drin, ne? Ja, drei Stück noch Nochmal gedrohnt Nochmal gedrohnt Ja, eine Ganate hat der Gast da drauf Montet Ah, da ist ein Schild-Typ Ich hoffe, er ist Ganate Ach, von der Ash Von der Ash Keine Ahnung, das bringt nix Krass Ja, die hab ich da durch nicht gestorben Mod ist D4 oder so? Oh, Decke Decke Ah, du hast voll gestorben Scheiße Ich weiß aber auch schwierig Ich weiß aber auch schwierig, aber Aus der Hüfte, ja Ja, mit einem 50-Schuss-Magazin kannst du das ja machen Okay, was hat besser funktioniert? Äh, funktioniert Keller oder? Keller? Ja, Küche wurde am Ende knapp, aber sonst Ja, mir egal, dann Chor jetzt, ob wir Schneemobil oder Esszimmer geben Schneemobil war Lack, wenn die jetzt Granaten nehmen Für die Esszimmer nehmen Ich glaube, damit rechnen die nicht unbedingt Jo Soll ich dann jetzt die Einzeltür zumachen? Wir müssen den Bio gefahren Ne, aber nicht mit Clancy, du machst die gleichen Türen Nur der andere wird halt noch Holz Obwohl, warte mal Ja, doch, doch Ich weiß ja 10 Sekunden VF Ja, die Doppeltür hier vorne fehlt auch noch Bei dich, ne Weil du geht schnell auf Startes Störsender Du schützt den Bio-Gefahrgutbehälter um jeden Preis Komm rein, komm rein Ich brauche meinen Strom hier ja gar nicht Wenn einer ein Schild aufstellen will, dann kann ich das unter Strom setzen Oh, die Pewsen mich Oh, die Pewsen mich Gut, das war jetzt böse Hätte ich nicht reingelegt Hätte ich nicht reingelegt Hätte ich nicht reingelegt Ach, fack, die Kamera ist nicht so geil Ja, die sind jetzt wahrscheinlich easy im Trophäenraum Ja, die sind jetzt wahrscheinlich easy im Trophäenraum Ja, habe ich gar nicht gehört, dass der ist angesetzt Hätte ich gar nicht gehört, dass der ist angesetzt hat Das Teil Ja, die eine Chemie ist leider nicht zu schön, warum ich in den Flug gelegt habe Kann ich jetzt relativ spät sehen Alle zu spät sehen Ja, die drohen gerade den Keller Und wo drohen die den Keller? Ja, die Schneemobilgarage ist die In Weinkeller gefahren Dann drehe ich die jetzt mal, versuche ich die mal hinten Und die drohen oben im Schlafzimmerbereich Da war ich ja gerade erst Wo ist hier die Wichs-Drohne? Ich muss irgendwo eine sein Ich muss irgendwo eine sein Ist hier auch eine oben bei der Doppeltür da Da steht an der Drohne, das könnte die Flashtower gewesen sein Die sind oben beim Schlafzimmer unterwegs Die machen jetzt gleich die Pfeiltür auf Twitch, guck, ne Ash ist das Oh, Fuse Die ist jetzt runter bei der Doppeltür Die macht jetzt Richtung Trophäenraum aus Doppeltür ist offen Ach, Fuse Teller war was Mit Drohne Die Tür ist auf Da herrscht Trophäenraum Das ist jetzt uncool Das ist uncool Oh geil, Position wurde entdeckt Fuse kommt jetzt von Pass auf, da ist Im Schlafzimmer Richtung Doppeltür Der ist den Gang links Hinten links Ja, das ist mir schon bewusst Pasi, einer ist da in der Lobby Vorsicht, der ist da beim Sofa Das ist Jackal Ich hab ihn markiert Zwei in der Küche Boah, Fick dich Gnerks, Mann Nice, Pasi Trophäenraum ist noch einer Moin, Jungs Boah, Pasi, ich hätte dich beinahe erschossen Moin, Jungs Moin, Jungs Boah, Fenster, nein Nein Der andere ist noch Trophäenraum Esch ist in der Küche Esch ist in der Küche Achtung, sie sitzt am Fenster Nice Sehr gut, Pasi, sehr gut Moin, Moin, Moin Moin, Moin Alles, alles Rotscha, Moin Hab ich den Jackal ein bisschen verarscht mit seiner dreckigen Wixen Mit dem Held hergerannt Du wärst den Bein auch voll in den, äh, in den Lauf gelaufen Als ich dich nicht gewartet hatte Ja, da hab ich gewartet, bis ich entdeckt wurde Und dann Dann bin ich wieder zurückgerannt Und dann Boots, Hetzy 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 hab ich gemacht Hetzy Ey, jetzt brauchen wir Granaten Oder Twitch Granaten und Twitch am besten Und Hibana Immer Hibana, Daniel Wegen Garage аждas Bei dem 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 Beim Bei dem Denk auch dran, dass für den nebenraum und so öhm die kleinen Lämpchen wir finden kann Die kleinen lämpchen warum auch fugen wenn du hinter dem sofa im großen in der großen wiener musst du rasten vor allem ja wir haben noch Mira Mira, Doc, ja jetzt wird's tot ergehen oh was anderes könnte ja auch jetzt haben wir nicht Twitch, ne? wer macht jetzt hier die Fallschirm zu? wo ist die denn hin? Irgendwer ist hier oben noch Weckerrand zwischen Karriere rein noch 5 Sekunden wir haben eine Wand von Weintel einspielen auf der FL ja hört passt sie, die haben eine Wand von Weintel einspielen mhm eins löschen möchten ja die haben grad Mira Fenster reingemacht die Wanner kommt äh äh musst du uns da ne wir brauchen dich hier soll ich machen? äh äh antäuschen antäuschen dass du's machst antäuschen dass du's machst mhm ok probiert sie durch probiert sie durch ja ich hab' nicht zu zerstört aber mhm mhm ja warte ich pull von oben abzulegen wir haben Hibana auch noch ne? ja im Hibana auch noch ne? ja im Hibana auch noch ne? ja ja soll ich mal versuchen jetzt? ja du könntest auf jeden Fall äh Daniel machen zwei Seiten ne Ladung ran und dann zünde ganz schnell hintereinander zünde ganz schnell hintereinander zünde ganz schnell hintereinander beide kriegt dürft ihr denn nicht kriegen beide kriegt dürft ihr denn nicht kriegen ja ok doch sind beide dauer ha aber ich hab' noch einen Ding ne? ja lieber File-Cure oder so ja komm dann mach' mal File-Tür ja komm dann mach' mal File-Tür ich hab' gedacht dass mit der Bahn ankommt wir schneller schießen bisschen schneller schießen ich muss dabei Ich brauche doch mit Drohnenarbeit erst mal Rav, Rav, du könntest hier füsen Hier ist zu, hier ist zu zur Küche hin Da, da genau, da füsen Ja, noch weiter vorne Da, wo Erik ist von mir Ja Wird downed down Hier, Rav, füse hier Also so nah an der Falte wie es geht Da kommt eine Hochversicht Hab ihn Ja, das war auch ein Franzose, den ich gesehen habe Ich wollte hier gerade entdecken Ich auch Ich habe aber eine Welt mit Klamm und die Standortklamm schon geholt Ich hab das Auge gesehen, ich hab's, ich hab's Auge Ach, einer liegt wieder in der dreckigen Ecke wie vorhin, Pasi Genau gleich wie vorhin, wenn du die Treppe runterkommst Ja, ich weiß Boah, ist nicht dreckig die Ecke Ich wusste, dass jetzt einer hochkommt Ne, der hat mich von unten Ich guck, ob ich den markiert kriege Ja, ich krieg den markiert, ich krieg den markiert Der ist weg, der ist jetzt nicht mehr in der Ecke Boah, der kommt zu mir Ja, Scheiße Rav, du musst runter, die Treppe Schade Es bleiben noch 5 Sekunden Was? Weiter, 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 weiter Ah, mach's ja Gut, mach's Mach's Aber was wir auch hätten probieren können Wobei ich weiß nicht, das müssen wir vielleicht mal im privaten Spiel ausprobieren Ähm Einfach eine Rauchgranate vor das Mira Fenster werfen Ja, stimmt Ja, stimmt Das könnte man auch mal probieren Ja, dann machen wir jetzt auch Keller Machen wir jetzt auch Keller Ja Ja Äh, kann, kann wir Kann wir Ne, die Bandit brauchen wir Ne, die Bandit brauchen wir Brauchen wir Jäger Brauchen wir Jäger Brauchen wir Jäger Na ja Und das zweite Fenster und das schrei Ich zeig das gleich Ich hab mir da meine Taktik, äh, ausgeschaut Soll ich schild die, äh, die Tür ganz hinten weg haste oder gleich hier vorne? Ne, gleich hier vorne Ne, auf jeden Fall nicht die Zwischentür, nicht die Zwischentür, also zum Weinkeller hin, aber nicht das kleine Ja 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 Und die hinten durch die einen hier auch noch Äh, Lukas, bist du oben? Ja 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 Äh, komm mal Der Boden ist verstärkt Nur noch 5 Sekunden Hast du mir ein APOS hier post vorne noch gelegt, Pasi? Ich komm, ja hab ich Ja, äh, das Fenster Äh, das Fenster Ne, hast du nütch Das da, also da rauswerfen Ne, ganz vorne geht das nicht Oder meinst du geht das? Oder meinst du geht das? Ja, hier, hier, wenn die Granaten halt reinwerfen zum, zum Dingens Toll Uah Au Was hat denn da durchgesprayt? Hast du gemacht? Ne, ne Hast du gemacht? Ne, ne Mhm Ach, ich hab die C4 verkackt Ja, ich hab die C4 verkackt Ich lebe Ich wurde grad entdeckt Ich wurde grad entdeckt Das AVS beim Drohnenloch hat das erste Mal ausgeschlagen jetzt Oh, hinten hat es irgendwo Es Fenster Es Fenster Hab Hab Den nur angefragged Den nur angefragged Kommen hier auch rein. Hier hinten. Ich werde gedrohnt, mega. Ey, die gehen auf Zeit, ne? Also, wir versuchen uns alle auszudrohen. Unter mir rennt was. Unter mir rennt was. Ich glaube, die machen die Falle hier auf, ja. Hä? Ah, mein Fuß hat rausgepackt. Oh nein. Irgend so'n Scheiß. Ey, ich hab beide in der selben, okay, ne? Ah, das war von da, ne? Die waren an der Treppe schon. C4 vielleicht. Wir sind vom Blindkontrolliert in die Zone betreten. Sofort verlassen. Sledge versucht, die Garage einzuschlagen. Ja, wir waren an der Treppe, Lukas, ne? Ja, genau. Ja. Ja. Und Weinkeller auch. Weinkeller. Der Gläs war oben in der Bibliothek vorhin. Hat mich geholt. Kann sein, dass ich gleich der Gläs erwischt hab. Der war auch hier unten. Ne, Lukas, da sehe ich, dass wir auf dem Camp sind. Weinkeller waren noch. War noch Hibana auf jeden Fall. Äh, das kann das sein. Kleine Treppe, kleine Treppe. Äh, Erik, geradeaus. Kleine Treppe. Da ist... Da sind zwei, da sind zwei, da sind zwei. Komm rein. Hab einen down. Hab einen down. Ah, Hibana, ne? Nee! 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 Ah, ich war so nervös, als ich da... ...Türmeid und Bug gesehen hab. Ich wusste nicht, auf den ich schießen sollte. Ah, ich hab den sogar noch down geschossen. Nee. Ah, nah. ...F**k. F**k. Schade Momlade. Ich bin jetzt auch schon wieder weg. Der T комite am Anfang do, dann ist alles easy gewesen. Ohhh, Gold 1. Also das richtige Gold 1, nicht? Das jetzt angezeigte Gold 1. Ich bin jetzt weg, ne? Wir sehen uns. Was? Ja, passiert, wenn ich noch tiefer im Bank bin. Das auch und ich muss im Umfeld auch. Ich bin raus und meine Lüge.